Ich muss dringend mit Oma sprechen. Geisterhafte Grüße, mein kleines Schreilein. Wie geil ist es dir? Gut. Ich werde jetzt hier bald zur Schule gehen. Mama und ich haben schon alles eingekauft, was ich dafür brauche. Oh, das ist wirklich vampirtastisch. Ich nehme ein paar Schulsachen aus Transylvanien mit. Zum Beispiel mein Treustift, mein Geschichtsbuch, mein Monsterlineal und natürlich meine Spukulele. Was denn? So viel, mein kleines Spindchen. Du scheinst dich ja sehr auf diesen Tag zu freuen. Na ja, mal sehen, wie eine Menschenschule ist. Hoffentlich packt mir Mama mein Lieblingsessen ein. Was isst du noch mal am liebsten? Schwarze Springbohnen mit geheimer Spuksoße. Deine Eltern haben bestimmt viele Überraschungen für dich geplant an deinem ersten Ghoul. Ich mache einen ersten Schultag. Ja, das wäre schön. Also mein Lehrer ist Mr. Gore. Ob er Spukologie unterrichtet oder Monstergeschichte? In Transylvanien bin ich immer gern zur Schule gegangen. Ich möchte, dass es hier genauso spuktakulär ist. Du wirst es bestimmt gut haben. Du hast doch schon Freundinnen gefunden, die an deinem ersten Schultag bei dir sind. Sag mir Bescheid, wenn du meine Hilfe brauchst. Deine Oma könnte dir bei Schulveranstaltungen helfen. Wie heißt es so schön? Spuktakulär ist gar nicht schwer. Danke, Oma. Nach dem ersten Tag flattert, chatte ich mit dir und sage dir dann, wie's war. Da freue ich mich schon drauf. Ich hab dich lieb, mein kleines Spindchen. Ich dich auch, Oma. Dann bis bald. Tippt oder klickt hier für weitere Videos und seht eure Lieblingsfreunde auf Disney Junior.